Ja, irgendwie verstehen die, was es soll. Die Leute sollen hier jetzt nicht durch, obwohl da hinten Leute stehen. Hier Leute stehen. Es kommt zu kleinen Rempeleien. Hier vorne ist eine Frau, die wird nicht zum Einkaufen durchgelassen. Hier wird geschockst. Ja, die sind ein bisschen überfordert hier, die Jungs und Mädels. Ja, dann nehmen wir uns echt, was da los ist. Ja, hier sind auch an jeder Ecke massive Polizeikräfte, wie man sieht. Ich bin jetzt einfach mal ums Eck gegangen und mich hat man so ohne weiteres so durchgelassen. Ich schaue mir mal die Kette da drüben an, was da los ist. Aha, jetzt kommt hier wieder Bewegung in die Sache. Wahrscheinlich wird hier jetzt die Kette verstärkt, wie es so aussieht. Ich fühle mich allerdings hier so ein bisschen unwohl. Jetzt ziehen sie sich hier massiv zusammen. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt hier nicht irgendwo so dazwischen die Meuten gerate. Weil da drüben sammeln sich die Leute. Hier sammeln sich die Leute überall. Na, oben sieht man auch den Polizeihubschrauber kreisen. Ja. 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 Sehr schön. Vielen Dank.